Liebes Frau, liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, heute erreichen Sie beide ihren allergrößten Stand innerhalb der Kirche. Sie spenden sich ein Sakrament. Und immer zur Sakramentkirche, wo ein Sakrament gespendet wird, ist es Christus, der entspricht. Das heißt, sie gehen heute mit der Sona Christi auf eine Operation. Und ihr Jahr ist mehr als kein Jahr und vielleicht, sondern ihr Jahr ist in Christus aufgehoben, geborgen. Und so wie er treu ist, seiner Sendung treu, soll das, wie sich ihm sein, die Treue zusagen. Und so, wer das braucht, in dieser Stunde wird das für sie in Wirklichkeit. Und deshalb feiern wir auch.